So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Rasten Betrayal, wieder mit dem McMagnus Agardino. Hi Leute. Und mit dem Mario. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Der McMagnus hat auch einen Spitzname, ist der Fliesenleger Jones hier. Ja, da sind wir noch bei den Glaspanels. Der klebt nur nicht die Fliesen auf dem Boden, sondern ihr klebt sie ja zwischen den Wänden, achtschmehr doch auch. Ja, ich hoffe, das wird jetzt hier der letzte Part, wo wir die ganze Scheiße hier da burscht kleben. Hier fallen schon in das Viehzeug von oben runter. Die stürzen sich schon in den Tod, die können sich nicht mehr mit ansehen. Ah, da würd ich mir Gedanken machen bei sowas, ne? Okay, ich hab Oxygen Gear, was brauch ich als letztes? Du brauchst noch, Moment. Du brauchst noch einen Frequency-Modul. Wie sieht das aus? Äh, mit so einem Propeller oben drauf. So ein kleines, wie so ein Touchpanel mit einem Propeller oben drauf. Touchpanel? Bist bei den Buggies. In der Nähe, bei den Fahnen. Buggie, Buggie, Buggie. Buggie Storage Box. Buggie Seat. Buggie Wheel. Buggie Battery. Dosen. Can Food. Dosen, da, Frequency-Modul. Und dann brauchst du noch einen Fallschirm. Da denk ich, den findest du. Oh, ein Subwoofer. Vergiss die Decke nicht. Ja, genau. Wir machen oben die Decke zu, hm? Ja. Kriegen wir dann durchs. Jetzt hier wird es tut rein. Hm, genau. Okay. Brauche ich eine Basic-Waffel. Um eine Basic-Waffel herzustellen, brauche ich einen Diamanten, Silikon, Redstone. Ja, das haben wir noch. Da schleppt noch über 200 Stecken im System. Ah, da ist noch ein bisschen Waffeln im Inventar. Okay. Okay, ja. Ah, ich will kompressen. Na gut. Glass Penals, Glass Penals, ich liebe Glass Penals. Hättest du bei dem Ultimate-Pack mal unsere Farming-Area sehen sollen. Okay. Das stand komplett aus Glass Penals. Das war Hardcore. Okay, dann brauche ich einen Rest zu einem Repeater. Dafür brauche ich... Da konnte man mal auf dem Love-Screen arbeiten. Da haben wir alles. Ja, ist ja egal. Warum musstest du sowieso? Ja, gut. Ich weiß, dass es für die Aufnahme blöd ist, aber... ... soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Ich habe ja übrigens schon wieder eine Wand gleich fertig. Warte. Der nimmt sich ja auch nur die kleinsten raus. Ja. Ja, nicht... Ist sie. Was? Nicht 1, sondern 3. Ich will sagen, ob ich eine Knarre ist. Den kannst du mal mal abdrücken, oder ich will ihn schießen. Wenn es dir hilft zum Abreagieren. Ich sage doch nur Bescheid, wenn ich auf die Raketen schieße. Das ist schlecht. Das wäre nicht nett. Ich darf deine nicht mal holen. Okay. Gegen dich habe ich ja nichts. Gut. Gegen dich habe ich nichts, ist klar. Dann mach weiter. Hilf. Ja, die Rache wird kommen. Es kriegt alles hin, ist es ein Geburtsdarab. Wurde bloßgestellte. Über 40 Leiden. Bloßgestellte. Das klingt nicht so gut. Ja, du musst ja ein bisschen was machen. Mhm. Du musst ja dein Fleisch auch mal ein bisschen bewegen. Was? Was? Muss ich mich ausziehen? Auch. Unter anderem. Auch nicht nur du. Ne, sag mal, ehrlich? Ja, ehrlich. Ich will mich nicht ausziehen. Ja, mitten in der Kölner Innenstadt. Da muss ich noch ein bisschen was trinken vorher. Die schubst du dich nicht schwulen, Bar. Da kann es passieren. Ich bin schon ausgezogen, bevor ich mein Geschenk kriege. Spaß. Vielleicht zieht dein Geschenk ja aus. Also, auf sowas habe ich gar keinen Bock. Ne, weil einmal habe ich mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Erzähl. Na, ich habe mal eine Stripperin gekriegt. Zu einer Weihnachtsfeier. Vom Verein. Okay. Wo ich erster Vorsitzender war. Und da haben die mir eine Stripperin geschenkt. Und das Problem ist, dass ich schon fast komplett nackt war, bevor die überhaupt was ausgezogen hat. Und da habe ich sie dann gefragt, ob sie irgendwie was verwechselt hier gerade. Und ja, dann hat sie mich nur doof angeguckt. Ich sage, naja, tut mir echt leid. Aber ich habe hier fast nichts mehr an. Ich sage, es ist ja nur noch ein Schlüpper dort. 30 Leute drumherum, die sich komplett einen abgefeiert haben, weißt du? Ich meine, man macht ja jeden Spaß mit. Aber da habe ich dann gesagt. Okay, jetzt habe ich dieses Frequency-Modul. Was brauche ich jetzt noch? Den Fallschirm. Den Fallschirm. Hast du das alles schon angezogen? Achso, nein. Weißt du, wo man das anzieht? Nein. Wenn du in dein Inventar klickst, oben, da wurde die Herzcontainer, da noch ein Reiter weiter. Ein Rucksack? Inventar. Ah. Da oben gibt es einen Reiter direkt für Galacticraft. Da haben wir was. Was war das Ende vom Lied? Brauche ich jetzt an den Fallschirm, was sind die Düsen unten? Äh, das sind Sauerstofftanks. Ah. Die brauchst du übrigens auch noch. Gut zu wissen. Dann baue die Großen gleich, die ganz Großen. Die Roten. Die hat sich dann ausgezogen, hat mir ihre Silicon Breeze, bisschen im Gesicht rumgeschmiert und alles, ja. Das Geiste war eigentlich ein Kumpel von mir. Da war so, also da war so aufgeregt, da war aufgeregter wie ich eigentlich. Da wollte er das Ganze filmen. Also Kamera fallen lassen oder sowas. Nee. Ich trage, wir haben auch noch teilweise ein junges Möbel geguckt. Nee, aber der hat sich, äh, der hat sich danach das Video angeschaut. Ah. Und hat dann festgestellt, dass er die ganze Zeit sein Gesicht gefilmt hat. Der hat es ja in die Vergangenheit rumgehalten. Ah. Das war, das war richtig dämlich. Also da habe ich auch gesagt, also Junge, ganz ehrlich, das war richtig hardcore blöd. Der hat die ganze Zeit sich gefilmt. Oh, nicht verkehrt. Er ist halt scheiße, wenn das Handy zwei Kameras hat, ne? Ja. Naja, gut, aber ich sag mal so. Ich mein. Das war... Ich will es ja eigentlich im Display sehen. Ja, ja. Was man da gerade hält. Nee, er hat ja das Display von sich weggehalten. Ah, so schön. Ach so, der hat auf die Innenkamera geschaltet. Ja, ja. Und er wollte mit der Innenkamera aufnehmen, hat auf die Außenkamera geschaltet. Genau. Also da war, wie gesagt, da war aufgeregter wie ich. Ja, sowas habe ich... Nee, aber das fand ich nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das ist was das für eine Billige war. Naja, was heißt Billig? Also Billig war ich jetzt heute nicht. Naja, doch. Er hört ja auch mit so einem Scheiß, ey. Das ist gar nicht so. Okay, also brauche ich Oxygen-Time, woher ich jetzt noch? Ja. Außerdem ist ja meine schwangere Freundin dabei. Ich glaube, die finden das auch nicht so toll. Die kriegt einen Stripper. Ich wollte gerade sagen... Das finde dann wiederum ich nicht so toll. Ist doch egal. Du, ich habe gelenkt. Erwin kriegt auch was. Ich habe das in unserem Kombi-Baket gehabt. Oder gemacht. Wofür sie nicht Geburtstag hat. Vielleicht, ich weiß nicht, hat sie nach dem Geburtstag oder hatte sie schon? Der hat im Januar. Der hat im Januar. Also, so lange, wie ich mich nicht ausziehen muss, ist alles im grünen Bereich. Ich denke mal, ich baue mehr Medium-Oxygen-Tanks, oder? Ne, ich baue die roten. Die roten? Ach, da oben. Heavy. Ja, da muss man halt bei dem gelben Bereich bei dir reingehen. Braucht ihr denn die rote Wolle hergenommen? Ach, hast du noch nicht, wenn ich gebaut. Rote Wolle? Ich habe ganz viel rote Blumen im... ...dings. Okay. Ganz viel roten Farbstoff. Und weiße Wolle habe ich auch genug. Ich glaube, ich habe dir hergegeben ein paar Stecks. Nein, Tino, du wirst dich schon drüber folgen. Und Gene wird dich auch drüber folgen. Ich brauche noch 10. Das freut mich. Ja. Weil Gene hat ja auch was davon. Ah, okay. Mhm. Ja, schön. Irgendwie gucken wir, dass ich das übertransportieren entscheide. Hm. Hm. Der Klick wird sich sowieso schon mal jetzt abfeuert. Na, das kann ich mir vorstellen. Der ist sowieso wieder schadenfreudig ohne Ende. Ja, das ist ein Sack. Ja, wir sind ja sogar schon. Aber... Ja, ja. Wir hatten jetzt schon unseren Spaß. Seid echt gemein. Wird schön. Wir sollten ein bisschen Dämmung mal ablegen. Dann geht das. Was muss ich... Hat es was mit Ausziehen zu tun? Ja, sag mal so. Das ist eine optionale Möglichkeit, die du nicht wahrnehmen musst, aber könntest. Und ich denke mal... Ja, also muss ich mich nicht ausziehen. Na, na, doch. Das ist optional. Und wenn dann so 30 Leute um dich rumstehen und schreien ausziehen, dann denke ich mal, machst du das auch? Nein. Ab einem gewissen Stand schon. Das kann ich nicht machen, Leute. Ey, ohne Scheiß. Warum denn ich? Hast du auch... Hast du 6-Pack? Nee, hab ich... 1-Pack hab ich. Waschbrett... Nee, Waschbärbauch. Waschbärbauch. Ja, dann bist du auch gut trainiert, Mensch. Hast du auch echt abgenommen. Ja, naja, trotzdem. Waschbärbauch. Waschbärbauch. Bei Chi könnte ich ja verstehen. Aber bei dir? Ich muss schon hin. Brauch mal oben zu. Ja, ich brauche mal oben zu. Zumal ich ziehen, schlägt er eh noch dich. Also von daher bin ich ja eh schon gesägt. So, Renni, wir sind fertig. Nur vor deinen 30. Ich bin beeindruckt. Wie fühlst du 30 Jahre Weisheit überhaupt so an? Du bist ja nicht 30. Naja, da stehst du kurz davor. Ich meine, Sachen lassen die auch schon nach. Die Dritten kommen hoch bald. Was wollte ich jetzt noch? Okay, wo fülle ich die jetzt auf? Die Oxygen-Tanks im Oxygen-Loader wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Da unten. Da müsste Compressed-Oxygen schon drin sein. Fertig mit der Rotze. Nee, Oxygen-Collector. Oxygen. Ja, genau. Genau. Da füllst du jetzt auf. Okay. Ich habe einen zweiten Fallschirm schon für Renni gebaut. Wie wollen wir den Rest bauen? So, warte mal. Was haben wir jetzt? Das haben wir jetzt fertig? Wir würden nur einmal Renni fertig machen. Hm? Jetzt wüsste wie dieses Portal noch hieß. Ja, dieses Project Red ist das. Glaube ich auch. Warte mal, ich gucke mal, ich gucke mal, ich gucke mal, wie das Portal aussieht. Hm? Project Red ist das sicher? Ich gucke mal, was das heißt. Das ist glaube ich Project Transportation oder so. Das Portal ist hier. Oh! Wie heißt das? Ich fülle gerade hin. Es ist Enhanced Portal 2. Ähm, wow. Okay. Automatik Delayer. Portal Modifier. Und aus was baust du das? Warte ich geguckt. Du, 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 du. Also ich sehe hier Obsidian. Dann ein Portal Modifier. Und ein Dial Device. Wie mache ich denn, wenn ich die Karte groß habe, das wieder weg? Äh, N. Ich fülle mal nach Zusehen. Ja, ja, Maru 14. Deil. Rendi. Stopp noch im Magazin. Wo ist denn das Portal, Maru? Äh, dieses schwarze Ding neben Gorobais Haus. Ja, ist ja eigentlich ganz einfach. Du brauchst wirklich einfach nur einen Portal Modifier. Und da ihr die weißen, kannst du dann ein Ender Portal machen. Sonst hat die nur einen Ausgang, keinen Eingang gebaut. Okay. Anstatt von schwarze Wolle, wie es auch sieht. Juhu. Hups, ein geschältendes Loch. So, warte mal. Maru habe ich auch noch. Das ist gut. Da können wir hier nochmal was schisseln. Ja, das Portal müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da müssen wir aber erst hier unten eins bauen, oder? Bauen wir noch eins für dich, ja. Erst mal wissen, wo wir rauskommen können. Den Oxygen Tank benutze ich nicht, wenn ich nicht im März bin. Oder kann ich schon anlegen, quasi? Den kannst du schon anlegen, ja. Hier brauchst du ihn ja nicht. Der ist ja noch Sauerstoff. Und da rumzuladen, sollten wir jetzt gleich, glaube ich, Rendy's Ding mal bauen, jetzt, oder? Rendy's Rakete? Und Ausrüstung, ja. Würde ich jetzt meinen, wäre sinnvoll. Ja. Warte, ich mache nur hier gerade noch die Bumper static. Na gut, das eine, was da drüben noch fehlt, ist jetzt so wurscht. Ich glaube, wir sollten noch 1, 2, 3, 4, 5 Oxygen Tanks in den Storage von der Rakete packen, falls wir den brauchen. Meinst du, wir werden so viel brauchen davon? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass die extrem lange halten werden. Ja, es ist halt so eine ungewisse Reise, ne? Man weiß nicht, was einen erwartet dort. Echt, aber müssen wir da oben? Rendy braucht jetzt noch die komplette Rakete, oder was? Ja. Also Module oder irgendwas, ist noch gar nichts fertig. Nö. Okay. Laktik. Dann brauchen wir erstmal davon. Na gut, das können wir auch beim nächsten Mal. Ja, gucken. Aluminium. Was ist denn das eigentlich in der Box für ein Glas? Ist das ein normales Glas? Ist das Glas nicht Glas? Das ist Glas, Glas. Das ist ein normales Glas, ne? Ja. Wir haben keinen Sand mehr am System. Hm, kann sein. Nicht mal die einfachsten Rohstoffe. Warte, aber Sand haben wir hier unten. Wo hier unten? Oh, Desert Eagle. Warte, 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 warte. Wie viel Sand brauchst du? Keine Ahnung, ein halbes Deck. Sandmaschine hier, oder was? Ja. Sind die jetzt? Ja. Da, 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 da. Ach, jetzt hat sie mal Ruhe. Ach nee, das warst du. Soll ich dir zeigen, wo Sand ist, wenn du mal welchen brauchst? Ja, zeig ich mal. Hier runter. Ja, hier in dem Pulverizer, in dem einen. Der produziert Sand. Was? Äh, Capstone. Achtsin. Yay, Oxygen-Tank. Batterie ist auch voll. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Brauchen wir erstmal noch. So, jetzt muss ich meine ganze Rakete von Manchester laden. Bronze. Bronze Platten. Naja, die Frage ist jetzt erstmal, was wir noch mitnehmen, ne? Da, wir werden alles dann im Internet gucken. Bis nächstes Mal. Guck mal, dass wir das mal rein, die Raketen noch fertig kriegen. Hast du noch Bronze irgendwo? Äh, Alter, ich hab jetzt eine Kiste. Ah, neun, neun, Bannen haben wir noch. Hm. Da könnte noch ein bisschen Erz übrig sein, das weiß ich nicht. Nee, ich hab noch Blöcke. Okay. Du hast ja gesagt, du kannst eh nicht sterben, oder? Naja, was heißt nicht sterben? Sterben kann ich schon. Ich hab nur ziemlich viele Herzen. Warum? Wo ist das denn? Ah, ein Stückchen fehlt. Einschrauben? Hab ich dich überhaupt getroffen? Keine Ahnung. Oh, jetzt ja. Ja schon. War nicht so prall. Anderthalb Herzen. Mhm. Von. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Von 30, glaube ich. Von, äh, zwei, vier, sechsunddreißig Herzen. Hast mir zweieinhalb abgezogen, oder so. Mhm. Musst du ein paar Mal schießen, du. Ja, das ist ein Snipergewerfer, verstehe ich sowieso nicht, warum das da so impräzise ist. Vielleicht, weil ich zu nah dran stande. Oh, Aluminium. Hm. Bin sicher. Ja, okay. Oh, 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 oh. Alu wird echt knapp. Zombies brauchen zwei Schüsse. Ja, wenigstens ein Sniper im Hals. Brauch jeder. Mensch, blödes Drecksvieh. Die hat eine Disco-Kugel hingesetzt. What? Wie war der kleiner? Hast du noch Stahl? Nee. Irgendwas saugt meine Disco-Kugel auf. Hm. Du hast deine Eltern, du hast ja bei der Disco-Kugel auf. Doch, den einen wieder aufstellen. Hm. Boah, fuel. Was? Alter, was ist das? Ich frage mich mal, warum er kleiner wird. Ja. Wird's irgend so viel. Hm. Soll eigentlich nicht passieren. Stomp. So. Äh, ich geh schwarz-pulver mehr oder das? Ähm, was? Also ich baue jetzt die Rakete für Randy und du baust den Rest oder wie? Können wir machen. Also brauche ich noch einmal einen Eisenhelm und Glas-Penance. Boah, das können wir eigentlich durchlaufen lassen. Das können wir eigentlich durchlaufen lassen. So, und hier, das ist voll. Batterien haben wir auch. Fuel. Cool. So, warte mal, dann fülle ich mal deine Kiste mittlerweile mit Fuel. What the fuck ist das? Ein Heel-Crystal? Wo lege ich denn noch rum? Hier. Wo? Wo? Ja, wo ich stehe. Exakt da, wo ich stehe. Warte mal kurz. Acht. So ein großer, sich drehender. Wie siehst du denn? Man ist ja weg. Du stehst gerade. Ja, da. Genau da, wo ich stehe. Geh weg da. Dann musst du wahrscheinlich mal reconnecten, Kurt. Ah, jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Ja. Ich weiß nicht, weil mir wäre der irgendwie unsichtbar. Ach so. Durch den Buggy gerade. So, warte mal, da füllen wir mal Marus. Pakete noch auf. Bö, hast mich mitgeschmissen. Okay, also mein ist jetzt 100% voll. Okay. Na ja, auch egal. Ne, ist er. Okay. So. Ah, Randy schießt. So richtig. Ha! Das ist ja auch geil. Kannst du gleich beide Raketen auffüllen. Wie nice. Vor zwei, wann sie sehen, wieviel Schaden das jetzt an dir macht. Ja! Okay. Du 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 du. Hey, draußen bleiben! wir diesen komischen kompressor ja das kommt darum schon mal vor das genuss ist einfach nicht rum da oben das haben wir auch da habe ich auch riesig angst wenn das hier drin ist jetzt ist schon so ein scheiß zombie hier drinnen will uns auffressen was brauche ich erst mal das wenn die hier wenn du jetzt nicht gleich dein schwert nimmst was denn dann weiß ich habe keine munition mehr hat ein glück wo sind das ganze zinn auch wenn ihr so mal die zeit dann sagt ich würde sagen es vorbei oder es ist vorbei ich muss bloß grad mal hier noch den eingang zu kloppen dass die denn nicht rumweinen siehst du wegen drei klas macht er hier einen aufstand so na gut fünf klas na gut sechs sechs sieben acht na gut ist dann doch schon ein bild mehr egal gut wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten part wieder wenn es euch gefallen hat oder das eine positive werbung sagt ja zu waffen in minecraft und ja bis dann hat er und tschüss 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 leider